Jaina gegen die vier Reiter! Wir werden eure Knochen zu Staub zermalmen. Ihr habt es so gewollt. Wir dürfen auch loslassen. Wir dürfen das ... bitte zu Kinder und Prefzeridenz! Nein, wir werden das zuigen. Jetzt das auf der Knochen zu fahren ist. Wir nehmen die Knochen zu werden. Ich fürchte den Torscht nicht. Das war's. Nein! Die Geißel wird euch verzehren! Was für eine verdammte Verschwendung! Was für eine verdammte Verschwendung! Was für eine verdammte Verschwendung! Ganz nach Plan! Was für eine verdammte Verschwendung! Was für eine verdammte Verschwendung! Ich habe monatelang da drin gesteckt! Was für eine verdammte Verschwendung! 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 Was ist wirklich nicht wichtig! Was ist für eine verdammte Verschwendung? Was ist wichtig für eine verdammte Verschwendung? Was nicht eins? Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ich fürchte den Tod nicht. Ich brauche mehr Zeit. Das Militärviertel hat versagt. Die Miliz ist auch nicht mehr das, was sie mal war.